Oh, hier ist jetzt was Schönes. Mein Shortcut. Ich übe noch, es ist noch nicht ganz eingespielt, aber es muss im Grunde genommen in anderthalb Minuten vorbei sein. Also hier, ich liebe diesen Kaffee und dann habe ich eine Dose, wo ich den reinfülle und dann, wenn ich das reingefüllt habe, dann rieche ich da dran und dann geht sowas direkt ins Gehirn. Es ist einfach der Hammer. Es ist nicht speziell diese nicht so teure Marke. Es gibt viel besseren, der auch besser schmeckt, aber der dann teilweise unglaublich teuer ist. Es ist das schöne Kaffeetrinken. Also mein Thema ist aber nicht Kaffee. Es sei denn, dass in der Nähe von Düsseldorf jemand einen Kaffee betreibt, eine Konditorei angeblich. Und dazu komme ich jetzt. Das ist Heino. Heino, der blonde Sänger mit der Brille. Hier hat er eine andere Brille auf, die Haare gefärbt und schon sieht er aus wie Kai Dickmann. Das ist aber nicht das Thema, sondern ein Bild von heute. Berlin-Brandenburg, Datum 24. Januar, Donnerstag heute und da ist vorne drauf, ganz groß, weil er die Ärzte und Rammstein nachmacht. Heino, hier, Heino. Heino. Rockerkrieg gegen Heino. Wüstebeschimpfungen, Anwälte, verbotene Videos. Die deutsche Rockszene ist in Aufruhr. Ausgerechnet Heino singt Hits von Rammstein oder die Ärzte. Ja, und dann ist es hier nochmal groß aufgemacht. Hier, deutsche Rocker, Sauer auf Volksmusik, Star Heino. Und dann ist hier, da ist Heino, als Grafik, Heinos neues Rockwappen von Marc Pittelkau in der Bild-Zeitung. Und dazu muss man sagen, diese Musiker sind alle mehr oder weniger bei der Verwertungsschutzrechte Firma GEMA unter Vertrag. Und da kann jeder diese Musik spielen und sofern damit Geld gemacht wird, wird dann an die Urheber über die GEMA Geld eingezogen und gezahlt. Das heißt, Rammstein kann nicht verbieten, dass Heino Rammstein singt, sondern Rammstein kriegt allerdings dafür Geld. So, das war hier so viel Heino und Shortcut.